Yo, yo friends, I'm here und ich wollte mein Stream eigentlich um 19 Uhr machen, aber das ging leider nicht, denn ich habe eingestellt, ich habe eingestellt und das, ich hatte ein paar Probleme und deshalb konnte ich nicht direkt starten, aber jetzt habe ich mein Stream gestartet, jetzt werde ich zocken. Ich wollte Minecraft zocken, ne, ist ja, ich wollte GTA zocken, weil mich jemand gefragt hat, Fossi Moin, was geht ab? Und ich wollte GTA zocken, geht aber leider nicht, weil da so ein fetter Update ist. Muss los, muss komplett los. Danke für den Like. Ich bin richtig am Ausflitten. Und ich überhaupt, sieht man das? Und hat mich, oder? Ja, man hat mich. So, ich. Ich endlich diese Teilen, weil der Längen gibt. Ja, ich habe mein Handy wieder. Zum Glück. Ich habe mein Handy wieder, das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Fossi, der größte Irrmann. Ich hatte ein Problem beim Donation-Dinger, weil... Man sieht, das ist geil. Okay. Ähm... Ich hatte Donation-Probleme und zwar, ich wollte Donation machen. Alles klar. Ich wollte Donation-Scheiß direkt da machen, aber ging nicht, weil ich irgendwas Falsches einkopiert habe. Ich habe irgend so einen Scheiß einkopiert und deshalb ist mein neuer Abonnenten-Sound nicht da. Scheiße. Grüße gehen raus. Aber dafür habe ich mein Chat hier eingeblendet. Ich habe mein Chat eingeblendet, genau. Man sieht den auch. Ist ja mega geil, aber ich muss leider mein Glück zocken. Sorry, Jason. Es muss sein, weil es geht nicht. Es geht einfach nicht, weil hier, man sieht's, sieht man das. Drei Stunden. Wow. Beautiful. Soll ich den Chat größer machen? Du bist kurz weg, alles klar. Ich mach ganz kurz den Chat hier größer. Man kennt ihn. Und mach ihn hier so hin. Okay, du siehst es. Nice. Kann ich das irgendwie verklein... Nein. So, hier ist ein Chat. So. Bam. Erstmal reingeklatscht. Und ich werde jetzt gleichzeitige Zuschauer. Drei Stück. Ehre, Alter. Ähm. Jason, falls du gerade zuschauen, schreibt mir was in die Kommentare. Ich werde die angucken. Nice Fossi. Warum öffnet sich jetzt Epic Games? Was ist das? What the fuck? What is this? What the fuck? What is this? Boom. Boom. Boom, boom, boom. I'm watching in my room. Ist es groß genug? Bam. Zwei gleichzeitige Zuschauer. Auf Ihren Nacken. Auf meinen Ehrennacken. Ähm. Ja. Noch noch ein bisschen warten und dann kann ich schon loszocken. Ich hier am Fressen. Wer kann es nicht? Wer kann es nicht? Ja. Richtig langweilig alleine so mit Fossi. Ja, okay, mit Fossi ist nicht langweilig, aber wenn ich ganz alleine wäre, dann wäre es richtig langweilig. Zwei likes, ihre. Ihre. Chat für uns. Äh, Minecraft, öffnet sich jetzt endlich jetzt bitte. Hallo. Alles klar. Hat sich geöffnet, gern. Fossi, bist du noch im Stream? Ich hoffe, dass du nicht gegangen bist, Fossi. Wo ist die Hypixel? Ähm, ich will mal ganz kurz auf Cetoxin gehen. Ich kann nicht drauf. Geil. Ich kann nicht Mario Party zocken. Sad live. Und ich bin drin. Oh, alles lag ja übelst. Weiß. Meine Maul ist wieder am Lägen. Scheiße. Ich muss jetzt mal alles lernen. Ich weiß nicht. Oha. Okay, so. Nice. Der Trigger ist am Start, Junge. Fossi bist du noch da oder bist du immer noch kurz weg? Ich bin in meinen Streams immer so Feuerballon. Oh mein Gott, ich bin so behindert, keine Musik im Hintergrund. So, man sieht ganz kurz gar nichts. 59 Abonnenten, wait! Wait, what? Hab ich grad richtig gesehen? Digga, was? 60 Abonnenten! Alles klar, weg jetzt nicht! Was? What the fuck? Was ist hier los? Warum hab ich auf einmal 60? Bruder. Fossi? 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 Hast du das? Sorry, dass man grad nichts sieht. Fossi, du Ehrenmann! Bruder, wenn du es warst, ne? 61! Was? Was? Digga, schreib mal wieder was in den Chat! 60! 61 Bruder! Was ist los? 61! Meine Subs gehen hoch! Digga, what the fuck! 62! 62! Was geht? Was geht? Bruder, was geht ab? Ich war drei Leute am Start! Bruder! Ich will Musik anmachen, alter! Ich will so Musik anmachen, alter! Ich komm grad nicht! 64! Warte, seh ich grad richtig? Junge! Bruder! Übertreib mal nicht! Übertreib mal nicht so! Alter! Was? 64 Abos! Einfach 64 Abos! Mein Gott! Was für ein krankes Scheiß! Was ist das? Was ist das auf einmal? Auf einmal bekomm ich tausend Abonnenten! So, jetzt mach ich ganz schnell die Musik an! Oh, verkoste auch meine Musik! Shit! Ich hab meine Musik nicht mehr am Kopf! Äh, verlauf, verlauf, verlauf! Wo ist die scheiß Musik? Digga! Fossi! 65! Junge! Wie? Fossi! Du Ehrenmann! Wenn du es warst! Der größte Ehrenmann! EU West! Wie hast du das? Was? Hä? Hä? Ne, ich komm grad nicht drauf klar! Man sieht grad gar nichts! Oh mein Gott! What? Ich hab's gefunden! Nee! 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 Fossi! Fossi! Nein! Fossi! Du lügst mich an! Fossi! Du lügst mich an, Digga! Ey! What? Was? Wie ist das überhaupt möglich? Wie ist das überhaupt möglich? Was? Die Musik ist richtig passend, Alter! Ich schwör, Alter! Ich bin jetzt gehypt! Junge, was geht ab? 60 Abonnenten Special? Ähm... Es gibt sowas nicht! Au! Digga, was? Nee, warte mal! Kann nicht sein! Nein! Nee, nee, nee! Nee! Ist irgend so ein Bug? Keine Ahnung! Niemals! Kein Plan, Alter! Digga, was ist das denn? Warum hab ich auf einmal so viele Abos? Das war ein... Fossi! Ach komm, Fossi! Wie machst du das, du jeden Mann, Alter? Was hast du gemacht, Alter? Was hast du gemacht, Alter? Finja, denn... Es kommt nicht langsam rein! Was Du管st! Alles klar, Alter! A! Es kommt Storytime in 3, 2, 1. Nein, es kommt keine Storytime. Ich bin mal voll der Bandung. Was glaub ich denn? Alter, ich komm nicht mehr drauf klar. Bruder, wie kann ich einfach noch gechillt weitercraften? Ist es überhaupt noch möglich, dass ich hier weitercraften kann? Nee, es ist grad nicht passiert. Es ist nicht möglich, dass es grad passiert ist. Es ist nicht mehr normal. Bruder, nein. Fossi, du Ehemann. Ich schwöre, Fossi. Ey Leute, geht alle zu Fossi rüber und abonniert den. Er ist der größte Ehemann in dieser Welt. Ich werde den unteren Stream verlinkt. Bald. Bald. Was ist bald? Was geht noch jetzt? Äh. Ist es gut? Nicht. Ist es gut? Nee, Bruder. Warum kann man ein Foss hier nicht finden? Motherfuck, es macht keinen Sinn. Ähm, hier halte ich mich einfach so. Bahn, Pirne, Schia, Beschleimung, Alter. So, in die Beschreibung gepackt, Alter. In die Beschreibung. Man hört mich nicht. Man hört mich nicht? Ich hab fast die Unterschicht geschrieben. Ach so, du hast auch das Gleiche mit dem Abstand? Ah, belastend. Belastend. Genau da ist es. Bam, bam. Bam, bam. Hier, so. Hab dich verlinkt. Den Ehrenmann hab ich verlinkt. Äh, sieht man was? In der Fall? Nein, aber jetzt. Nee. Nee, das ist halt nicht mehr weird. Was ist das okay jetzt mit der Musik? Jetzt. Oh. 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 Was ist das denn? Oh. 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 Oh, die Gäste. Es gibt nur ganz viel Kohle. Oh. 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 Was ist das egal? Bitte Fossi Oh mein Gott, der Fossi hat verdient Die Musik noch ein bisschen leiser Kein Problem Ist das so okay? Oder so? Ich mach so Ich hoffe das ist okay Oder dafür gibt es auf jeden Fall eine fette Verlosung Oder dafür gibt es auf jeden Fall eine fette Verlosung An den Nachbarn Die aktivsten Zuschauer In drei Wochen Ich sollte dir ein paar Minuten Geben aber Bro Fossi Bitte gib mir noch nicht mehr Abonnenten Weil ich will schon Das ist über heftig Aber ich will meine Abonnenten schon Selbstverdient Aber Ehrenmann Was ist Ehrenmann Was ist eh? Bro der ist schlecht Der ist schlecht Das ist schlecht Digger ist schlecht Der ist schlecht Alter Fossi So ist gut Okay nice Aber es ist gut Ist geil Und ich gebe nochmal rein Meine Ausrede ist, dass ich... Oh, er laggt, richtig. Sieht man das? Sieht man, dass er richtig laggt? Digga, der laggt ja anders. Ich weiß nicht, dass ich auch wegen dem, weil er richtig laggt, Junge. Digga, warte. Er laggt übelst. Bro. Oh, wait. So. Ich weiß, das war nur ein Joke. Okay, wenn es ja nur ein Joke war. Bro, er laggt so hart. Er laggt so hart bei mir. Ich tippe einfach nur. Tschüss. Und ich den gewinne, Alter. Ich höre, ich habe keinen Fall mehr, wie ich das gemacht habe. Digga, er laggt mir zu hart. Sorry. Sorry, du laggst mir zu hart. Digga, mit solchen will ich nicht spielen. Die laggen mir zu hart. Das ist keine Ausrede, dass er besser ist als ich. Es laggt einfach übelst. What the fuck? What the fuck? Kannst du ekelhafte Sachen ab? Was? Was meinst du damit? Was meinst du damit? Digga. Was meinst du damit? Digga, ich lege dir übelst. Kannst du ekelhafte Sachen ab? Ich verstehe nicht, was du meinst. Bro. Kannst du irgendwie erklären, was du meinst oder so? Ja, er denkt bestimmt, dass ich weg war. Aber ich war in Ordnung, ich lege hier nicht weg. Digga, laggt auch ein bisschen. Oder ist es mein PC? Oh, ich glaube, es ist mein PC. Oder ist es Minecraft gerade momentan? Ist nicht ihrer schuld. Hoffe ich. Ich weiß. Warum laggen hier alle, bitte? Digga, irgendwie ist meine... ...meine Verbindung richtig am abkacken. Ach, du hast ekelhafte Story. Dann erzähl mal die Story. Oh, du musst ja richtig viel schreiben. Ja, moin. Das wird so ein bisschen belastend. Ekelhafte Story. Kannst du mal erzählen. Ich hab ja noch eine Ekelhafte Story, okay? Bruder. Wo ist hier der Ehe? Ich hab ja noch mal... Digga. Digga. What the fuck? Ich hungere nächst. Digga, was macht er da? Wie er laggt, wie er laggt, tschüss, damit kann ich nicht bei Edwars spielen oder sowas. Was denn? Junge, mach den ab. Hä? Alter, Junge. Junge, übertreib mal nicht mit deinem WLAN. Bruder, ist nicht mehr normal. Hä? Loll, ich kann da gar nicht mehr spielen. Ich kann gar nicht mehr spielen. Okay, ich lese meine Story vorher. Alter. Also, wie du vielleicht weißt, dass... Digga, ich bin so scheiße gerade am Lesen. Warte kurz. Was? Fossi, Alter. Junge, Fossi. Das tut mir ja richtig leid. Also, wie du vielleicht weißt, dass ich auf einem Bauernhof vor und nach der Schule arbeite und heute, also gerade, eben haben sich zwei Schweine gegenseitig die Köpfe abgebissen. Und jetzt sind sie tot. Digga, was ist das für eine Story? What the fuck? Creepy. Ich habe auch noch eine kleine Story. Und zwar in der Schule. Ähm, es gibt einen Angeber in der Schule. Ich sage, er will seinen Namen mal nicht auf Ehre. Aber der Typ hält sich bei seinen Freunden. Sobald er alleine ist, macht er komplett auf, keine Ahnung, ist er komplett ein Schisser. Mit seinen Freunden macht er auf dicke Eier. Wer kennt's nicht? Das sind natürlich Kinder immer. Und er hat halt zu mir gesagt, yo... Also, er hat zu seinen Freunden gesagt, ich sag immer, ich bin der Beste, ich bin der Heftigste, keine Ahnung, bla bla bla, was gar nicht mal stimmt. Bro, was labert er überhaupt? Und seitdem... Digga, die ganze Schule hassen mich. Und der Typ macht einen auf cool im Sportunterricht, hat ein Kaugummi, hat irgend so einen Korb im Basketball geschafft, alter. Muschlos. Muschlos. Und fühlt er sich so richtig läuft durch die ganze Sporthalle wie, keine Ahnung wer, wie so ein... wie so ein Unmensch, halt. Und das war richtig Unmensch, ich habe das Gehasst an ihm und ich hasse ihn. Ist das denn nicht so... Die... Hör mal an, mein Deutsch. Okay, ich hab's halt... äh, Klippendigger. Wenn ich irgendwelche Storys erzählen will, dann... verkackt man Deutsch. Ich bin so richtig Brain of Carb, wenn ich ne Story erzählen will. Ich bin so scheiße in Deutsch, alter. So die Scheiße, oder? Hm... Ne, die werden jetzt gegessen und verkauft für die Hände. Sowieso nächste Woche geschlachtet werden. Hätten sowieso nächste Woche geschlachtet werden. Hm, trau dich, Digga. Also wenn ich... Ich will niemals auf dem Bauernhof leben. Sag ich so, wie es ist. Wenn ich auf nem Bauernhof leben würde. Oder leben, Digga. Oder arbeiten oder irgendwas. Digga, ich kann sich auch stellen. Digga, ich schlachten oder Tiere oder... Ich war sogar für einen Tag, ähm, Veganer. Und... das... ja... Erzähl. Was meinst du mit erzähl? Boah, was meinst du mit erzähl? Ich hab aber eben schon die Story erzählt. Na, aber ich kann auch eine Story erzählen. Nicht. Doch, eigentlich schon. Aber ich... Wird bestimmt lügen, weil ich sie nicht komplett kenn. Puh... Digga. Puh... Legix ist... Für Legix ist wahrscheinlich so... neun Abonnenten so Standard pro Stream, ne? Nehm ich so an. Ich will mal ein Abo-Sound drin reinmachen, aber es geht irgendwie nicht, weil es... Keine Ahnung. Ich kann's auch mal zeigen. Soll ich mal zeigen, wie ich das mache? Achso, du machst das freiwillig. Okay. Ähm... Ähm... Ich zeig mir, wie ich das Ganze gemacht hab. So... Das kurz. Ähm... Boom. Als Dorfkind fertig normal. Ähm... Ja, ist... normal. Alles klar. Okay, ich geh auf Tipistry. Bam, bam, bam. Zack, zack. Man kennt die Nasen. Und... So. Und... So. Du brauchst ein Ladekabel. Ist kein Problem. Ich warte ganz kurz. Du brauchst ein Ladekabel. Ist kein Problem. Ich warte ganz kurz. Wieso ist... Lauchen? So. Ähm... Ich kann dir dann schreiben, der Text... Ich hab immer geschrieben. Ist... Nun... Ein... Jerenmann. Und... Hier hab ich dann die Musik eingeblendet. Hier bla bla bla... Ich will's mal zeigen. So. Hier. Hab ich alles aufgemacht. Jetzt guck mal. So. So. Genau das wär's. Aber... Irgendwie funktioniert das nicht. Ich geh das jetzt... Ich mach's hier ganz schnell auch nochmal. Ähm... Hier. Bruder muss los. Ähm... Ähm... Hm? Achso. Warte. Hier. Ganz kurz warten. Blablabla. So. Und jetzt. Will ich dir was zeigen. Ohrengräber. So. Und jetzt. Will ich dir was zeigen. Aufpassen. Ohrengräber. Ohrenkrebs. Aufpassen. Ohrenkrebs. Verarschen oder was? Bruder. Ich hab ein Follower-Ding gemacht. Was mach ich bei... 3 Maths. Maths. 3 Sub 1. Was mach ich hier? Resub 2. Ähm... Was mach ich mit... Was ist das Bett sehen? Oh hier zum Beispiel Bruder. Was ist los? Hier hat's immer geklappt. Oh schade ist hier gar nicht. Puh. So. Ähm... Mach. Schneller. Genau. Funktionärer wenn ich... So. Guck. Simulation. Simulation. Subscription. Subscribe. Pinon. Pinon. Geht doch nicht. Hör doch mal aufhören. Ah. Belasten. Belastend. Belastend. Guck. Ich hab's grad gezeigt. Das funktioniert einfach nicht. WTF? Weiß ich warum das nicht funktioniert, aber... Funktionärer wenn nicht. Um 9 Uhr musst du also weg. Sad. Soll ich mal was schreiben in den Chat oder wie? Drei zu. Drei zuschauen. Achso. Du meinst den anderen. Ähm. Ja schreib da mal was rein. Ja schreib da mal was rein. Jetzt hab ich zwei ja. Schreib da mal was rein. Ja. Ich komm aber immer noch nicht auf klar. Ja. 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 Ich komm ja diesem in Hid in Hid in Hid in Hid. Delay gedauert. Das machen wir schon nicht mal. Ja. Wir haben dann noch mal das Geld. Ich weiß halt nicht, was ich meinst mit diesem reduzieren. Keine Ahnung. Ich kann mal ganz kurz meine KD zeigen in Master Builders. Äh, da gibt's keine KD, ich bin zu dumm. Ähm, ja. Spiele ich ja selten. Ähm. Weiß ich nicht. Das ist so eins mit dem früher lesen. Weil ich kann das nicht schneller machen, weil das ist halt so von Youtube was. Ich kenne nicht. Ist einfach von Youtube aus so. Keine Ahnung. Das ist Momentchen hier. Die Jaxons. Ich weiß gar nicht. Boah. Ich bin das sowieso immer von uns gewesen. Ähm, ich kann das leider nicht machen. Sorry. 2. 1. Klavier. Grill. 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 Ja, komm Grill. 6 Leute. Jawohl. So. So. Bruder, das Sound ist irgendwie weiter hinten. The fuck. Drum. Das ist nicht so. Ich kann das. Das. Das ist nicht so. So. Ich kann das. Ich kann das. Das machen. Welche Maus hast du? Ich habe eine Maus, die... Ich glaube, es ist Hiallo. Das ist eine Gaming-Desk-Tailo-Maus. Genau. Ist ein Set. Ich hatte so eine Idee, einen Grill zu bauen. Jetzt habe ich es komplett verpeilt. Ich werde gewinnen. Ähm... So. Fuck! Ah, das ist Monty New here. Chief, what up! Monty Jackson New here. Shit! Fuck! Kannst du damit abusen? Abusen meinst du? Ja, natürlich. Guck. Damit kann ich auf jeden Fall abusen. Da, ich habe ein paar Müge. Ich kann es nicht gut aus dem Fall abusen. Ja, du machst so amих an. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Feuer sieht halt so fresh aus. Wie sieht's aus? Ja, ist gut. Ist geil. Man kann damit leben. Man merkt, was das ist, auf jeden Fall. Hoffentlich. Das war's für heute. So, verloren wird. Ich baue hier irgendwas gerade. Ich hab' die Verhoffnung, dass es dann besser aussieht. So richtig auf Klamm. Aber sieht schon fresh aus, oder? Ja, man merkt's, man merkt's auf jeden Fall. Oh, sieht's geil aus, oder? Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich. Einfach nur Grill hinzuschreiben. Du hast fünf Minuten Zeit und schreitst einfach nur Grill hin. Grabenfall. Wenn sowas gewinnt, rass ich aus. Ja, Mann, der Typ. Ich weiß direkt, was abgeht. Ui, 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 ui. Ist okay. Man erkennt es, was es ist. Man erkennt's. Nein, warum hab ich das nicht so gemacht? Oh mein Gott. Ich bin los. Wenn das gewinnt, weiß ich auch nicht. Ist das ein bisschen schlechter als meins, oder besser? Okay, da ist meins. Komm, Alter, das darf doch nicht, das darf keine sechs verdienen, oder sowas. Äh, 1000 Milliarden Punkte. Die halten ja alle okay. Junge, was ist das? Was hieß denn das? Alle machen okay. Das hieß ne geile Scheiße. Das sind Würstchen. Kicken gut. Der Mordhoff-Komplex. Der Mordhoff-Komplex. Feind. Das sind Würstchen. Mordhoff-Komplex. Man kann da rein schlucken. Liegt's den. Kackwurstchen. Das sind definitiv Kackwurstchen, oder? Mühelos. Ist einfach noch mühelos. Mühelos. Ähm, Vorsitz, du bist nur noch im Stream? Wenn ja, dann schalt noch was rein, bitte. Ich will jedenfalls von dir. Danke. Dann sag ich danke. Dann sag ich danke. Mach doch nicht diesen, Alter. Mach doch nicht diesen. Mach doch nicht diesen. Im nächsten Stream von Legix werde ich zum Mod. Yeah. Ist ein okay? Ist ein okay? Ist noch nicht mal Feuer da? Alles klar. Ich brenne immer noch. Soll ich wieder nur eine Murder Mystery spielen? Schreibt ja oder nein? Oh ja. Oh ja. Das wird gewinnen. Alleine wegen der Größe. Alleine wegen dieser Gestalt. Wie es dasteht. So modern. Schreibt immer noch nichts rein. Fassi. Ich bin dritter Platz. Yeah. Dritter Platz. Ja, boy. Nice. Dann spiele ich mal eine Runde Murder Mystery, ne? Let's go. Bedline Client. Murder Mystery. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, wer kennt's nicht. Einprozentige Mörderschance. Weil letztens habe ich Mörder gespielt. Und dann wurde ich zum Mörder. Ich wurde zum Mörder. Das war klar. Oha. Slick. Mein Gott. Junge, wie ist das möglich? Wie wirst du, warum rickst du so aus? Wir sind 15 Innocents. Der Mörder ist bestimmt der. Jeder kann ein Mörder sein. Jeder kann ein Mörder sein. Okay. Okay, da ist einer. Da ist einer auf jeden Fall. Ja, das ist er nicht. Das ist ein Mörder. Okay, da ist einer Mörder. Ich hab's doch gesagt, Alter. Ich hab's doch gesagt. Das ist easy shop, ey. Fass, ich schalte nichts mehr rein. Na, gut. 2%. 1%. 1%. 1% chance. 1% chance. 1% chance. 2% chance. 3% chance. Dann sag mal, was du noch da bist. Ich habe eine Frage an dich, soll ich vielleicht mal ein Mystery Video hochladen? Oder irgendein Microsoft Video? Vielleicht ein GTA Video? 2% chance. 2% chance. 3% chance. 3%. 3% chance. 4%. 2% chance. 1% chance. Okay, er ist auf der anderen Seite der Map. Wie schlecht sind die Mörder die ganze Zeit? Fünf prozentige Mörderchance, drei prozentige, zwei prozentige. Junge, er sprintet auf einmal nicht. Oh, Digga, ich bin die ganze Zeit innocent. Hey, kann ich auch mal Mörder werden? So, das macht Spaß. Leute, abzuschlachten. Ich habe in der Schule, also mein Schulkamerade, mein Klassenkamerade, der ist ein richtiger Ehrenloser, sag ich jetzt nicht, das Wort sag ich jetzt nicht. Ähm, weil er sagt immer, ich schlachte mein Meerschweinchen ab. Er sagt die ganze Zeit, ich schlachte mein Meerschweinchen ab, ich schlachte dies und das ab. So, wie kann man nur? Wie kann man denn nur, bitteschön? Fossi ist anscheinend nicht mehr da. Wip! Ich mag's nicht, wenn mein Stream nur mit einer Person bestimmt ist. Nur ich und der Zuschauer. Wow. Ich hasse das, Mann. Was wirklich schon? Ah! Ich will mich hasse, wenn mein Hals kratzt und dann muss ich husten. So, fake. Ich baue, keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hasse das einfach, wenn meine Mutter einfach reinkommt und mir sagt, mach die schon das. 6%ige, 5%ige Mörderschaft. 4%ige Mörderschaft. Und ich bin innocent. 5%ige Mörderschaft. 5%ige Mörderschaft. Es ist nämlich zu krass was ihr macht. Ich hab Fressen. Hätte ich heute meinen Spenden-Sound gemacht, dann wäre was aber drauf. Ab meinen 70 Ammonenten werde ich... Oh, shit. Genau, auf meinen 70 Komponenten werde ich ein Abo-Special machen. Ich werde auf jeden Fall was verlosen, aber mein Abo-Special, ich weiß noch nicht, was ich da machen soll. Okay, mache ich Wünsche erfüllen. Ob ich gestarrt habe, alles klar. Okay, so. Oh, Digga, wo ist der Mörder, bitte? Oh, ich weiß noch nicht. Die Leute, die den Boden aufheben. Die sind ganz hell im Kopf. Ich frage mich was Legix zum Abo-Special macht, bestimmt so die überhelpsichste Scheiße der Welt. Okay. Das ist nur ein bisschen neu. Okay, noch zwei Gold. Nice. Digga, er kämpft doch beim Bogen, oder? Er hat beim Bogen gekämpft, gekämpft. Aber wie stimmt er? Sechs Prozent. Fünf Prozent. Frossi, wo bleibst du denn? Vier Prozent. Und ich bin wieder innocent. Oh, die Map mag ich. Okay. Drei Gold. Jo, alles klar. Guter Start. Guter Start. Hör. Nein. Ja, mein Gott. Ah, nein, nein, nein. Ich hab mich da entschieden. Ich hab mich da. Ich hab mich da. Ich hab mich da. Ich hab mich da. Alter! Oder Fossi ist halt der größte Himmel! Fossi! Fossi! Ich küss deine Augen! Fossi, ich fühl's einfach deine Augen! Puh, Bruder! Nicht mehr normal, was ich hätte gemacht. Oh, fuck! Der ist auf jeden Fall nicht! Wenn ich mehr zu tausend bin, würde ich dann sicher... ...die meine Hand sind vorher! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Nice! Man, ich will aber jetzt Mörder werden! Oh, fuck! Ich will Mörder werden! Ich will Mörder werden! Na, mein Prozent... äh, tut immer... ...alpistig immer! ... 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 Was ist der Mörder? Ich weiß sie auf keinen Fall. Alle, die da hochkommen, sterben. Oh, Mann. Nein, Mann das war so klar. das war so klar dass er der Mörder ist man das ist so der behindertste Mörder der Welt kommt erstmal so angekommen alter vertraut ihm für die Sekunde wird ihn irgendwie angebannet weil ich dachte dass er dann der Mörder ist ich hasse ihn komm Bruder komm Bruder nein ihn ist ins Left drei Stück und erinnert mich so aus jetzt ist es wieder an ähm du hast dich sehr lange Zeit gemeldet und auch teabonniert Bruder ich hab ein Stream gemacht wo du deine Feedback abholen konntest Bruder war schon aber nicht da Digga sorry es tut mir leid aber das kriegst du nicht ich hab die Leute gehört sagen kriegst du nicht erstens weil du mich damit komplett abfuckst Digga du warst so lange nicht mehr da auf einmal kommst du wieder ich schrei nicht ran und da war einfach ein Stream wo du reinkommen solltest okay ähm mein Handys offline 36 Nachrichten Hör auf zu räulen, TK, Bennett, XD. Wer bist du? TK, ich kenn ihn nicht. Dir wurde dein Handy weggenommen. Nachdem ich den Stream gemacht habe, hast du dann nachher noch irgendwo auf ein anderes Video einen Kommentar dargelassen. I'm bad, sorry. Und wahrscheinlich hattest du mich abonniert. Oder geht's hier an. Rip geht's hier an. An der Stelle. Okay, okay, Bennett ist ein Mensch. Ist ein Mensch auf jeden Fall. Steht fest. Nächster 1 auf Bennett. Bist du schon Abonnent? Wenn nein, dann fack ich dich zu abonnieren. Auf Ehembruder-Basis. Auf Ehembruder-Basis. Du hast mich die ganze Zeit abonniert gehabt. Hast du mich jetzt sehr abonniert, weil ich hab kein Abo weniger bekommen. at. Okay. Ja, aber 66 Abonnenten auf Ehre. Ja, jetzt auf einmal, gell, jetzt auf einmal, ja klar. Jetzt habe ich auf Nummer 6 Abos. Da gucken wir doch mal, da gucken wir doch ganz mal, ganz schnell mal, wenn ich so abonniere das. So, und Pegasus, ja, mal. Vielen Dank. Jetzt wieder deabonniert, gell? Achso, du hattest geabonniert, okay. Du hast schon wieder deabonniert, ne? Jetzt ist noch ein Verte drin. Ich habe nur noch ein Verteidigung, ich habe ihn gebetet. Ich habe nur noch ein Verteidigung, ich habe ihn gebetet. Ich habe ihn gebetet. Sigh. Oder bin ich eigentlich lost oder? Warum finde ich gar gar nichts? Oh, da muss ich los. Ich bin gerade anders. Gerätst du? Ah ja. Ich kann es nicht finden. Ja, okay, du hast auf jeden Fall Glück gehabt. Du hast immer noch abonniert. Jo. Wahrscheinlich. Aber leider habe ich keinen Gegenbeweis dazu, dass du nicht abonniert hast. Dass du Glück gehabt hast. Und wird eine längere Zeit. Aber du musst warten für die 5 Euro, okay? Du musst warten. Ist nicht ganz kurz. Warten. Muss man wirklich warten. Oh nein. Sorry, mein Freund. Du wirst du mich jetzt die ganze Zeit blockiert. Und komm nicht mehr auf meinen Stream. TK Bennett. Ja, Marti, du kriegst sie. Aber warte. Du musst halt ein bisschen warten. So, jetzt. Ich schreibe jetzt keinen Scheiß mehr. Ich schreibe jetzt einen Scheiß mehr. Ich weiß, dass du noch drin bist. Ich werde dich jetzt gleich nochmal... Also ich werde dich richtig entfernen, wenn du jetzt noch so eine Scheiße hinschreibst. Ich habe mir so einen Scheiß einfach gar nicht. Ich habe hier ewig gewonnen, das ist ein Channis. Dann kommen die wieder. Ich habe hier ein paar Mal in der Sitzung. Ich bin ein Schatz, aber ich habe hier noch einen Schatz. Ich will die Schatz des Schatzes. Wird das wieder so laggen wie am Anfang? Ich hoffe nicht. Er laggt auch schon wieder, Junge. Er ist richtig am laggen. Richtig am laggen. Noch nicht so laggen. Digga, what the fuck? Okay. Digga, ist alles okay bei dir? Okay. 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 Leute, ich werde den Stream jetzt beenden, weil ich gerade bemerke, dass ich null Zuschauer habe. Alles klar. Wer kennt's nicht. Ich hoffe euch hat der Stream gefallen und ich werde in der nächsten Zeit die Aboeinblendung reinmachen. Wird auf jeden Fall geil und bleibt immer am Start. Nicht vergessen zu abonnieren und tschau Leute. Tschau Leute. Tschau Leute.